Schon in 15 Jahren hat sich das durchschnittliche Alter in der Metropolregion Nordwest deutlich verändert. Wir werden noch älter. Spitzenreiter wird dann der Landkreis Friesland sein. 35,2 Prozent der Menschen werden im Jahr 2030 älter als 65 Jahre sein. Die Agrarindustrie im südlichen Oldenburg hält das Altern auch nicht auf. Die Menschen dort bleiben am jüngsten in der Metropolregion, aber mehr als jeder Fünfte von ihnen ist dann älter als 65. Auch hier also ächzen die Jungen unter den Alten. Immer weniger Junge müssen immer mehr Rentner aushalten. Auf diese vorhersehbare Entwicklung muss halt reagiert werden. Nur wie?